In einer niederländischen Stadt haben sich einige Bar- und Restaurantbesitzer nicht an den von der Regierung verhängten Lockdown gehalten und ihr Lokal geöffnet. Die Kunden kamen gerne und aßen oder tranken an Tischen im Freien. Am vergangenen Wochenende kam es erneut in Amsterdam, Rom, Frankfurt sowie anderen europäischen Städten zu Protesten gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen und den zunehmenden Impfdruck. Tausende Demonstranten versammelten sich am Sonntag auf den Straßen von Amsterdam, um gegen die von der Regierung verhängten Covid-19-Beschränkungen und die Impfkampagne zu protestieren. Ich bin hier, um für unsere Freiheit zu demonstrieren. Ich glaube nicht an die Impfung. Die Menschen sollten nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was gegen ihre Prinzipien ist. Die Demonstranten zogen durch die Straßen und blockierten den Verkehr, bevor sie auf dem Museumsplatz den Umzug beendeten. Landwirte schlossen sich der großen Versammlung vom Sonntag an und fuhren mit ihren Traktoren in die Hauptstadt. Angesichts des wachsenden öffentlichen Widerstands hat die niederländische Regierung am letzten Freitag nach vier Wochen die härteste Abregelung Europas gelockert. Sie kündigte die Wiedereröffnung von Geschäften, Fitnessstudios und Friseursalons an. Bars, Restaurants und Kultureinrichtungen sollten ursprünglich mindestens bis zum 25. Januar geschlossen bleiben. In der niederländischen Stadt Walkenburg haben einige Restaurants trotzdem geöffnet. Es ist sehr schwierig. Es fühlt sich im Moment nicht fair an. Die ersten paar Schließungen waren logisch. Ich war mit ihnen einverstanden. Aber jetzt fühlt es sich nicht mehr fair an. In offenem Trotz versammelten sich die Einheimischen an den Tischen im Freien auf der Hauptstraße zum Essen und Trinken. Die Behörden in dieser Touristenstadt ergriffen keine Maßnahmen zur Durchsetzung. In Rom protestierten am vergangenen Samstag tausende Menschen gegen die Verschärfung der Covid-Maßnahmen. Letzte Woche hatte die italienische Regierung die Covid-19-Impfpflicht für Personen ab 50 Jahren und den Super Green Pass eingeführt. Einen Gesundheitspass, den man künftig für das Betreten und Nutzen von öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln braucht. Die Omikron-Variante herrscht aktuell in Italien vor. Die Lösung ist nicht der Impfstoff. Ich habe geimpfte Freunde, die sich angesteckt haben. Es gibt Geboosterte, die sich angesteckt haben. Sie sollten zugeben, dass die Omikron-Variante die Wirkung der Impfstoffe zunichte macht und aufhören, die Ungeimpften zu beschuldigen. Seit dem 16. Dezember sind wir von allen sozialen Aktivitäten ausgeschlossen. Der Anstieg der Infektionen kann also kaum auf uns zurückzuführen sein. Auf dem San Giovanni-Platz in Rom trugen die Menschen Schilder wie, die Diktatur wird den Anschein von Demokratie haben. In Deutschland versammelten sich am vergangenen Samstag tausende Impfgegner in verschiedenen Städten. Viele kamen, wie hier in Frankfurt, um gegen die geplante Einführung einer Impfpflicht zu protestieren. Ja, weil es geht einfach darum, um diese Drangsalierung und so und mit dieser wahrscheinlich auch erwarteten Impfpflicht. Mir geht es einfach darum, dass jeder selbst entscheiden soll, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Seit Dezember gibt es in vielen deutschen Städten wachsende Proteste. NTD News Untertitelung des ZDF für funk, 2017